Johann Bartel von Obentraut Johann Bartel von Obentraut heiratet die Gräfin Maria Fust von Stromberg, eine der reichsten Erbinnen im Hunsrück. Er übernimmt die Amtei Stromberg und kehrt 1573 auf der Stromburg ein. Gegenüber der Stromburg liegt das Schloss Goldenfels, wo Rosemarie Pretorius, kurz Romai, wohnt. Dazwischen liegt das Güldenbachtal. Rosemarie Pretorius ist eine Schwester von Magister Michael Pretorius, der als Hofkapellmeister in Braunschweig arbeitet. Von ihm stammt übrigens das Weihnachtslied Es ist ein Ros entsprungen. Und sie ist die Jugendliebe von Michael von Obentraut. Beide sind häufig auf den Wiesen, um Schloss Goldenfels anzutreffen. Einmal pflückt Michael Blumen für Romai, die diese zu einem Kranz zusammenpflicht. Michael allerdings setzt den Kranz seiner Romai auf das Haupt. Dann aber wird er unsicher und läuft davon. Ein anderes Mal hänselt ihn Romai. Er würde als Lutheraner ja nichts treffen können. Sie wünscht sich den Balk eines Kauzes. Daraufhin schießt Michael auf der väterlichen Stromburg einen Kauz und handelt sich starke Vorhaltungen seines Vaters ein, der ihn ausschimpft, weil er ein unschuldiges Tier gewissenlos und ohne Anlass das Leben genommen hat. Michael sagt natürlich nicht, dass er das Tier für seine Romai geschossen hat. Später, als der Vater erfährt, dass zwischen Michael und Romai mehr als eine Freundschaft herrscht, redet er seinem Sohn ins Gewissen. Denn als Bürgerliche hält er sie nicht für standesgemäß. Und er will auch nicht, dass sein Sohn mit den Gefühlen von Romai spielt. Als gehorsamer Sohn zieht sich Michael nun von Romai zurück. Bald geht Michael nach Heidelberg zum Studium. Er will das Leutnantspatent erhalten. Nach einem Jahr erhält er es. Aber seine Professoren stellen ihm ein schlechtes Testatio aus und stellen seine Graduierung in Frage. In Heidelberg hat sich Michael offensichtlich auch als Raufbold hervorgetan. Michael aber kehrt zurück zur Stromburg, wird hier Offizier auf der Burg und stellt sich aus der Burgmannschaft eine eigene Rotte zusammen. Er zeigt viel Ehrgeiz und bildet seine Leute besonders gut aus. Er träumt auch schon von großen Siegen auf dem Schlachtfeld. Romai aber leidet darunter, dass Michael sich von ihr fernhält und sie nicht mehr besucht, zumal sie den Grund nicht kennt. Sie wird krank. Nun endlich besucht Michael seine Freundin doch noch einmal. Als Romai Michael sieht, strahlt sie und sagt, sie würde wieder gesund werden, wenn sie das Herz der Maria bekäme. An ihrem Krankenbett verspricht Michael ihr das Herz zu schießen. Denn in Kreuznach wird gerade das Marienfest gefeiert. Und der Höhepunkt der Feier ist das Schießen um das Herz der Maria. Das ist ein alter Brauch, dass die jungen Bürgerlichen und junge Adelige der Stadt und Umgebung einen Wettstreit ausschießen. Das Herz der Maria steckt in einem Holzschrank und muss von den Teilnehmern mit der Armbrust heruntergeschossen werden. Michael reitet sofort nach Kreuznach, um am Schießen teilzunehmen, kommt aber zu spät. Das Schießen hat bereits angefangen. Er kann sich nicht mehr nachmelden. Nach dem ersten Durchgang ist das Herz aber noch nicht gefallen. So kommt es nach langen Disputen und ein paar Handgreiflichkeiten dazu, dass schließlich Michael doch die Armbrust ergreift und das Herz schließlich herunterschießt. Sein Freund Konrad Weinsheim, der auch in Michels Burgmann-Truppe ist, nimmt das Herz und flieht gemeinsam mit Michael aus der Stadt. So gelangt Michael an das Herz, reitet zu Romai und legt es der Schlafenden in die Hände. Es ist allerdings bei dem Schießen zu einem Inhändel gekommen, zwischen den Bürgerlichen und den Adeligen Schützen, woran Michael maßgeblich beteiligt war. Er muss sich schließlich vor einem Militärgericht verantworten und ihm wird für zwei Jahre das Leutnantspatent und das Amt auf der Burg entzogen. Wütend verlässt Michael das Gericht, die Stromburg und auch die Pfalz, schließt sich einem Kriegszug gegen die Türken an und gelangt schließlich in den Dienst des Markgrafen von Ansbach. Hier kommt es zum Kampf um die Nachfolge im Herzogtum Jülich-Klewe, die zwischen katholischen und protestantischen umstritten ist. Michael kämpft für die Fahne der protestantischen Union. Dann kommt es zum Kampf um die Stadt Molsheim. Michael soll mit seinen Kürassieren das Ersatzheer der Kroaten aufhalten, während der Markgraf von Ansbach die Stadt angreifen will. Michael entsendet Speer, darunter Konrad Weinsheim, die die Kroaten auskundschaften sollen. Sie erkunden, dass vor dem Heer der Kroaten einige Markathennerwagen unterwegs in die Stadt sind. Michael lauert diesen auf und erschießt einen Wagenlenker. Dieser ist einer der Speer, sein Freund und Kamerad Konrad Weinsheim, wie er danach erkennen muss. In der Dunkelheit hat er ihn nicht erkennen können. Wahrscheinlich hatte Konrad die gleiche Idee gehabt wie Michael und den kroatischen Wagenlenker erschossen und wollte den Wagen zu seinen Kameraden bringen. Michel ist erschüttert, doch für die Trauer bleibt Michel keine Zeit. Mit den Wagen wollen sie in die Stadt, denn das Tor wird für die ankommenden Wagen bestimmt geöffnet. Und richtig, Obentraut und seine Truppe kommen so in die Stadt. Auf dem Marktplatz treffen sie allerdings auf starke spanische Fußtruppen. Es kommt nun auf dem Marktplatz zu einem erbitterten Kampf zwischen Obentraut und den Spaniern. Als Obentraut der spanischen Übermacht unterlegen ist, greift der Mansfelder, Graf von Mansfeld, ein und schlägt die spanischen Truppen zurück. Wahrscheinlich wollte er sich an den Spaniern rächen und ist deshalb Obentraut später zur Hilfe gekommen. Draußen vor der Stadt tobt der Kampf des Markgrafen von Ansbach gegen die Verteidiger der Stadt Molsheim. Als Obentraut mit den Seinen aus der Stadt stürmt und ihm zur Hilfe eilt, bringt er letztlich den Sieg. Nachdem dieser und Obentraut in die Stadt Molsheim einziehen, trifft Obentraut auf dem Marktplatz einen spanischen Offizier wieder, den er beim Kampf mit einem schweren Degenstreich verletzt hat. Obentraut setzt sich dafür ein, dass dieser nicht erschlagen wird. Der Markgraf von Ansbach hat dafür zwar wenig Verständnis, lässt Obentraut aber gewähren. Der Spanier nennt Obentraut nun den Miguel Alemán, deutscher Michel, und übergibt ihm seinen eigenen Degen. Dieser ist, wie man feststellt, ein Geschenk des spanischen Königs. Obentraut wird zum Obristleutnant befördert. Beim Austritt aus Molsheim will Obentraut seinen Freund, den er selbst erschossen hat, beerdigen. Dabei wird Michel von Legisten gefangen genommen und nach Zabern verschleppt, die Stadt des Bischofs von Straßburg. Nach fünftägiger Bewusstlosigkeit erwacht er und erkennt eine Frau, die ihn pflegt, die schöne Gräfin Florence de Gascade. Nach und nach erfährt Michel, dass die Kroaten, die Obentraut und seine Truppe bei Molsheim erschlagen haben, kaiserliche Truppen waren. Allerdings tugen sie keine kaiserlichen Abzeichen, sondern bischöfliche Feldzeichen. Das wird später noch bedeutsam werden. Denn den Unierten soll daraus ein Strick gedreht werden, dass sie kaiserliche Truppen bekämpft hätten. Dazu aber später mehr. Der Straßburger Bischof ist ein Vetter von Kaiser Rudolf. Als Florence von Obentraut erfährt, dass die erschlagenen Kroaten keine kaiserlichen Feldzeichen führten, macht sich Florence auf, um Obentrauts Unschuld zu beweisen. Sie hat sich in ihn verliebt. Florence entwendet dem Sekretär des Bischofs einen Brief, der beweist, dass die kaiserlichen Truppen vor ihrem Marsch nach Molsheim an den Bischof von Straßburg abkommandiert waren und nicht unter kaiserlicher Fahne marschierten. Somit die Unierten also keine kaiserlichen Truppen überfallen hatten. Aber man weist Obentraut nach, in Molsheim ein kaiserliches Edikt zerrissen zu haben. Deshalb wird über ihn die Reisacht verhängt. Zwischenzeitlich hatte Florence ihre Liebe zu Michel gestanden und erfahren, dass sein Herz schon vergeben ist. An Romai. Nun schreibt Florence einen Brief an Romai. Ihr Michel sei in ihrer Gewalt und wenn sie wolle, dass er gerettet werde, so solle sie ihm schreiben, dass sie ihn nicht liebe und dann solle sie keinen seiner Briefe mehr beantworten. Ansonsten wäre Michel des Todes. Romai zerreißt es das Herz, als sie den Brief liest. Aber sie bleibt tapfer, schreibt den erzwungenen Brief und lässt alle Briefe von Michel nun unbeantwortet. Bald aber erzählt Romai Michels Vater von dem Brief. Dieser ist nun tief erschüttert, weil er nun von der aufrichtigen Liebe der beiden überzeugt ist. Romai aber verlässt Schloss Goldenfels und auch Stromberg, fährt zu ihrem Bruder nach Braunschweig und schließlich nach Marienwerder ins Kloster. Nachdem Michel den erzwungenen Brief von Romai erhalten hat, fädelt Florence seine Flucht ein. Florence hatte derweil den Bischof mit dem Brief des Kaisers erpresst, damit dieser den Obentraut nicht hängt und der spanische Offizier aus Molsheim, Ibarra, verhilft Michel zur Flucht aus dem Kerker. Nun reitet Obentraut gemeinsam mit Ibarra zur Burg Gascade. Ibarra eröffnet Michel auch, dass er die Flucht der Florence von Gascade zu verdanken hat. Aber Michel ist, seit er den Brief von Romai erhalten hat, verzweifelt. Hat er sich so getäuscht in ihr? Er will nun in Frankreich bleiben und die Stromberg vergessen. Als nach einigen Tagen Florence selber mit einer Kutsche zu ihrem Schloss anreist, flieht Obentraut. Er will nicht mit ihr zusammentreffen. Er weiß um ihre Liebe, aber er weiß auch, dass er sie nicht erwidern kann. Ibarra verlässt Frankreich, reitet nach Madrid und rübend den deutschen Michel. Nach dem Tod von Kaiser Rudolf war Obentraut in die Pfalz zurückgekehrt und hatte es im Pfälzer Militärdienst bis zum Militärpräfekten gebracht. Durch einen Brief, den er bei einem spanischen Gesandten findet, kommt er einem Komplott auf die Spur. Bald kämpft Obentraut alleine, das heißt ohne die Union, in der Pfalz gegen die spanischen Besatzer, die ihr Hauptquartier in Kreuznach haben. Obentraut gelingt es, den spanischen Gesandten, Graf Epinay, gefangen zu nehmen. Dieser war auf dem Weg zu seiner Gemahlin, der Prinzessin Epinay, die vom Bischof von Speyer, Philipp von Stötern, nach Frankenthal geleitet wird, wo es zum Treffen kommen sollte. Auf dem Weg nach Frankenthal hatte Obentraut dem Grafen Epinay eine Falle gestellt und ihn gefangen genommen. Als die Prinzessin Epinay in Frankenthal ankommt, erkennt Obentraut in ihr die Florence von Zabern. Florence würde gerne eine Annäherung zu Obentraut haben, aber dieser zeigt kein Interesse. Es kommt zwar zu einer Unterhaltung und einem Abschied ohne Zorn, aber mehr nicht. Graf Epinay wird von der Union eingekerkert, aber nach dem Friedensschluss mit dem Kaiser wieder freigelassen. Der Graf kehrt mit seiner Gemahlin nach Frankfurt, muss aber bald nach London weiterreisen. Florence bleibt in Frankfurt. Obentraut bleibt mit seiner Pfälzer Landtruppe auf der Festungslinie Heidelberg-Mannheim-Frankenthal und verteidigt die Pfalz gegen die Spanier. Aber dann kommt Unterstützung vom Grafen Mansfeld. Er hat in Böhmen noch mit Tilli gegen die Union gekämpft, sich dann aber von Tilli abgewandt und ist Richtung Rhein gezogen. Dem fliehenden Heer der Spanier setzt nun auch die Pfälzer Landbevölkerung zu. Sie vernichten den Tross, erschlagen Soldaten, Dürnen und Buben mit Dreschflegeln und Sensen. Bald rückt auch Herzog Christian von Braunschweig aus dem Norden heran. Michi kämpft gemeinsam mit dem Mansfelder gegen Tilli. In Mingolsheim und dann im Elsass kommt es zu Gefechten. Dann schließt sich Christian von Braunschweig an und es stehen 40.000 auf der Seite der Pfalz gegen Tilli. Die Spanier müssen Teile ihres Heeres nach Holland Flandern entsenden zum Kampf gegen die Holländer. Das freie Holland, die Generalstaaten, werden von Mansfeld unterstützt. Oberes Leutnant Ibarra hat mittlerweile die Stromburg besetzt. Bartel Obentraut, Michels Vater, ist verstorben. Seine Witwe Anne verlässt die Stromburg und zieht zu ihrem Jüngsten, Konrad Niklas, der Kommandant auf der Feste Königstein ist. Als Obentraut die Stromburg zurückerobern will und Ibarra zur Kapitulation zwingt, erfährt er von diesen, dass der Kurfürst Friedrich von der Pfalz die Pfalz verlässt und Mansfeld und Obentraut aus seinen Diensten entlassen wird. Damit ist die Protestantische Union ohne Führung und wird sich auflösen. Nach langem Zögern zieht Michi ab, da er weiß, dass er die Stromburg einnehmen wird, aber gegen die spanische Übermacht nicht halten kann. Jetzt, wo die Union aufgelöst ist. Er will nun auch nach Holland, wo sich Mansfeld einen neuen Kampfplatz sucht. Aus Holland kehrt der Mansfeld bald zurück und verheert auf dem Weg Ostfriesland und das Münsterland. Aber nun kommt auch Tilli nach Norddeutschland. Michi versucht aber immer noch, die Pfalz zu retten und sucht dafür Unterstützer. Holland, England, Frankreich, Dänemark, Bremen, Hamburg, sogar Venedig. Auch König Christian von Dänemark, das Haupt des niedersächsischen Kreises, versucht er zur Rettung der Pfalz zu gewinnen. Umsonst. So gibt er die Hoffnung auf, die Pfalz retten zu können und reitet nach Braunschweig zu Michael Pretorius, dem Bruder von Romai. Von ihm will er erfahren, wo Romai lebt. Ihr Bruder sagt aber nur, dass sie im Kloster sei, in welchem will er aber nicht offenbaren. Vorerst bleibt Michel in Braunschweig und wohnt im Hause Pretorius. Hier verkehrt Michel unter anderem mit Obrist Ranzau, Herzog Ernst von Weimar und dem holländischen Gesandten Kaspar von Vosbergen. Tilly bietet Obentraut an, für die katholische Liga zu kämpfen. Das empfindet Michel als eine Frechheit und Unverschämtheit. Natürlich kommt das für ihn nicht in Frage. Der französische Gesandte de la Picardie, jetzt Ehemann von Florence de Gasquart, fragt, ob er bei König Christian für die Union in Dienst treten will. Dieser hat ein Bündnis mit England, Frankreich, den Generalstaaten und dem Norddeutschen Bund geschlossen. Michel nimmt an. Er hofft, wenn Norddeutschland protestantisch bleiben kann, dann kann später auch Süddeutschland und die Pfalz gerettet werden. Obentraut wird zum Generaldeutnant ernannt. König Christian ist in Hameln mit seinem Pferd verunglückt und droht zu sterben, aber er erteilt Obentraut den Auftrag, Nienburg zu befreien. Die Stadt Nienburg wird von Tilli belagert, der einen Übergang über die Weser erzwingen will. In Nienburg macht die dänische Besatzung Ausfälle und Herzog Ernst von Weimar führt schnelle Attacken gegen das Belagerungsheer, aber die Übermacht Tillis ist zu groß. Obentraut vereinigt sich vor Nienburg mit Ernst von Weimar und durch Spiegelung, das heißt Benachrichtigung durch Spiegelzeichen, werden die Belagerten unterrichtet, dass sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt einen starken Ausfall machen sollen. Tilli hatte über die Weser eine Schiffsbrücke erstellt. Diese wird bei dem gemeinsamen Angriff von Obentraut zerstört und Tilli verliert bei der Schlacht 3000 Mann. Obentraut verliert seinen Pfälzer Schweighart bei dem Kampf. Tilli muss nun aber die Belagerung der Stadt Nienburg aufgeben, weil er über 6000 Mann durch Schlachten und Seuchen verloren hat. Tilli zieht mit seinem Heer ab. Bei den Siegesfeindlichkeiten kommt es zum Eklat zwischen dem französischen Gesandten de la Picardie und Obentraut. Picardie verhöhnt die Deutschen und den Kaiser als Bettelvolk und Obentraut revanchiert sich, indem er de la Picardie mit der Reitgärte auspeitscht. Alle anderen Zuschauer sind zutiefst erschrocken. Michael reitet nun nach Seelze und kommt am Kloster Marienwerda vorbei. Hier trifft er Romai wieder. Im Kloster wütete die Pest und Rosemarie ist die einzige Überlebende. Sie sprechen miteinander, aber sie trennen sich wieder. Romai hat dem weltlichen Leben entsagt und dient nur noch Gott. Und Obentraut will weiter in den Krieg ziehen. Bei Seelze kommt es dann zur Schlacht. Obentraut, Herzog Friedrich von Sachsen-Altenburg, Regiment Bistum von Eckstädt, Regiment Quernheim, Regiment Plate von Gehl, Herzog Ernst von Weimar. Doch das Heer von Tilli ist den Regimentern der Union um Obentraut hoffnungslos unterlegen. Obentraut wird von mehreren Musketenkugeln getroffen und verscheidet im Feldherrnzelt des Grafen Tilli, der den sterbenden Obentraut in sein Zelt hat bringen lassen. Hier findet Obentraut seinen Tod. In den Armen von Tilli verscheidet er mit den Worten Solche Rosen pflückt man auf solchen Feldern und er ermahnt Tilli den Krieg zu beenden. Das Reich, das Reich. Später wird Tilli die Leichname von Obentraut und vom Herzog von Sachsen-Altenburg gegen einen gefangenen katholischen Obristen austauschen. Die Schlacht um Seelze ist verbürgt. Deswegen steht in Seelze auch die Obentraut Pyramide, das Denkmal für den hier gefallenen Reitergeneral. Die Befreiung Nienburgs von der Belagerung Tillis ist auch belegt. Die Geschichten um Romai und um Florence sind wohl nicht geschichtlich belegt. Den Kampf um Molsheim und die Gefangennahme des französischen Gesandten ist wahrscheinlich auch nicht belegbar. Sicher ist jedoch, dass Michael von Obentraut mit seiner Truppe die Pfalz gegen die Spanier verteidigt hat, soweit es ihm möglich war. Und dass er sich den Beinamen Deutscher Michel erworben hat. Er war berühmt und beim Feind berüchtigt für seinen Wagemut, für seine Tapferkeit und seine Treue und Verlässlichkeit.